Hey folks, welcome back. Das ist The Walking Dead, das ist Episode 4 und auch Folge 4. Wir starten gleich durch und gucken was passiert. Ladet alle Waffen komplett durch. Lerntet planauswendig. Das ist in der Garage. Hatchet, Hacksaw, ein paar andere Tools. Might kommen in handy auf dieser kleinen Break-In. Nice. Kann ich mit dir sprechen? Was ist das? Ich habe noch einen Blick auf die Bote. Sie ist ein 30-footer. So? So, wir haben ein Problem von Kapazität. A Bote dieser Größe ist nicht mehr als fünf Leute, sogar mit einem einem ein Kind. Ich, du, Clem, Krista, Omi, Ben, Holly. Assuming, dass jeder es wieder zurückkommt, das ist immer noch eine zu viele. Selbst wenn wir Molly loslassen, bevor wir das überlassen, müssen wir eine Entscheidung machen. Oh Gott. Ich bin nicht ernsthaft. Ich sage nur, wenn wir die beste Chance wollen, wenn wir die beste Chance wollen, dass... Ach, du kacke. Wer ist das denn? Das ist Breeze, du kannst uns helfen. Die Morde besser. Es wird hart, die Entscheidung. Ja, aber... Okay, Clem, ich hoffe, du bist damit zufrieden. Also, wenn ich entscheiden muss, wird der Student auf jeden Fall rausfliegen. Weil der... hat, äh... uns mehr als einmal für Probleme gebracht. Ich glaube immer nicht, dass das so eine super Idee ist, aber... und dann gucken wir mal. Kannst du einen guten Blick auf den Boden bekommen, mit dem Cover auf. Okay. Los geht's. Ähm, was ist jetzt? Das ist ein Zombie. We'll put you down. Do it now. What the fuck? It's a Zombie. Oh god, Crawford wurde von Zombies überrannt. What the fuck is a walker doing inside here? They're all walkers. Na super, wird ja immer besser. Mein nächsten Abschnitt geschafft. Ja, läuft wieder auf. Zweieinhalb bis drei Stunden Spielzeit hinaus. Fuck. Fuck. Do you think they saw us? No idea. Your guess is as good as mine. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. Why is this good? No. This is good. Why is this good? How the fuck is this good? Before everyone at Crawford was smart and they had guns. Now they're dumb and they don't. Hey, try to look on the bright side here. Uh-huh. Was aber komischen Humor. I mean, so long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Ich bin für Letzteres. Come on. I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Ich geb dir da prinzipiell recht, aber... Wir müssen's probieren. Naja, äh, falls sich jemand beschwert... Hierbei kann ich wirklich nicht alles übersetzen, also... Da müsste ich überall Pause drücken und ständig alles übersetzen. Da wird das Ganze 40 Folgen lang gehen. Jede Episode. Just keep moving. Weil das ganze Spiel halt komplett auf... Komplett auf Englisch viel textlastig ist, da... Kann man nicht alles übersetzen, aber das geht nicht. Sorry. An alle solch Liebhabenden da draußen. Looks okay. Everybody in! Hm. Ich hätt vielleicht noch jemand vor die Tür gestellt. Immer einer, der den Rückweg absichert. Naja. Es ist halt doch insgesamt sehr, sehr linear, trotz der ganzen Entscheidung. Na klar, muss man halt machen, ne? Armory? Sicher nicht verkehrt. Figuren. Ja, wie zu erwarten. Okay, das ist der Plan. Looks like they were using this room as some kind of command center. Group A. Okay, so now what? Where do we start looking? Ich hätt versuch, die Armory irgendeinein zu treten. Hier. Motorpool. Just give me a sec. Motorpool. Fuel. Fuel. Any idea where we could find a battery? Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Hermans. You can't miss it. Fuel. Where can we find some fuel for the boat? Hermits is Motor. There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. What about the medicine? Right here. Nurse's Station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Die war früher bei Crawford. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here. See if you can use any of those tools we brought to get that Armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Okay, und wo geht Clem hin? Hä? Ich dachte, die passt auf uns auf. Was ist mit mir? Was kann ich tun? Ich brauche, dich mit Ben zu bleiben und uns auf unser Kommandzentrum zu warten. Ich stehe dich mit dir in charge, okay? Okay. Du lebst mich mit Ben? Ich lebst dich mit Ben. Ich lebst ihn mit dir. Entstanden? Wenn ich auch besser so rum. Oh, okay. Tschüss, Clem. Also. Wo muss ich nochmal hin? Motorpool. So, according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurses office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Okay. Einfach rausgehen und dann wäre da der Autoshop. Gut. Dann gehen wir da hin. Die Rules. Aber irgendwen haben sie dann doch mit reingenommen, ne? Exit to the playground. The alleyway to the auto shops down here. You coming or not? Ja, ich bin schon dabei. Exit to the alley. Okay. Gut. Nicht irgendwie zu anderen Sachen gehen. Nicht ablenken lassen. Das muss die Tür zum Alleyway sein, wo die Auto shop ist. Aber woher ist Molly? Ich vertraue Molly nicht. Molly? Bist du hier raus? Ich glaube, ich gehe nicht dazu. Okay. Was steht hier? Delivery. Das muss hier sein. Okay. Looters, wir werden auf dich schießen. Super. Also wenn man klaut, wird man sofort erschossen. Klasse. Hermanns. 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 This is the place I'm looking for. Okay, also muss ich irgendwie da hinkommen. Die Frage ist nur, wie? Wie komme ich da hin? Wieso? Oh, Gott. Wie. Wie, wie, wie? Da komme ich aber nicht drüber. Wer jetzt prinzipiell außenrum gelaufen hätte versucht, irgendwie das Ding hier zu transportieren. Okay. Also ich kann hier... Irgendwas muss in dem Schuppen drin sein. Irgendwas muss hier gehen. Ah, da! Da komm ich hoch. Und das wird wahrscheinlich Krach machen. Ich glaub nicht, dass das Ding uns da wirklich aus... Oh, doch. Wundert mich. Na, für'n Lehrer... Also für'n... Was war... Geschichtslehrer? Ganz schön sportlich. Verdammt. Es ist sehr tief. Na, super! Das bringt uns also nicht weiter. Oh, die Kamera treibt mich heute echt in den Wahnsinn. Better not get too close. Okay, es gibt nur diesen einen Weg. Okay, hier ist alles... What? Was geht mit der ab? Was ist denn mit der kaputt? Was ist denn mit der kaputt? Was ist denn mit der kaputt? Was geht mit der ab? Aber da ist auch Blut. Wagenheber. Aber die alle hatten Dachschaden. Au, beeilt euch. Die machen den Zaun kaputt. So, und jetzt drehen, drehen, drehen. Wahrscheinlich dann wieder Q und E, ne? Ja. Auf. Q. Der lebt doch noch. Warum lebt der noch? Take a look around. I'll make sure no stragglers get under the door. Okay, da wäre ne Batterie wahrscheinlich drin. Hätte ich gesagt, dass das Ding das runterfährt. Ah, super! Warum gibt's hier eigentlich nie Strom? Warum? Warum nie Strom? Es ist lockt. Kein Weg in. Okay. Traktor. Das Ding da oben hat auf jeden Fall Strom. So viel ist sicher. Well, ich kann sehen, wo die Batterie sollte sein. Aber es ist nicht. Perfekt. Das Auto hat Strom. Ich muss allerdings irgendwie, äh, ans Auto drankommen. Frage ist nur, wie. Ich kann es nicht nach oben. Okay. Kann ich vielleicht von da? Rüber. 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 Nein, 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 nein. Ja. Hast du richtig erkannt. Aber ohne Strom bringt das nicht. Also. Ja, da brauche ich sie für. Kann ich mir eine Hand? Ja. Was ist das? Was ist das? Ich kann das, äh, das Ding von dir aussehen? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengezogen. Hilda? Das ist das, was ich nennen. Ich kann sie nicht. Bitte, kann ich Hilda? Ich werde gut ausführen. Ich werde sie gut ausführen. Sie wird nicht ein Scratch. Ich habe jetzt deine Promise, nicht ein Scratch. Ich kann es nicht nach oben erreichen. Es sieht aus, dass es die Hose für die Hydraulik. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Nicht wirklich. Ich versuche, ihn wegzuhalten. Da ist die Batterie. Endlich geht etwas richtig. Das wegmachen und dann können wir die Batterie rausziehen. Es ist weg. Ja, aber wir haben noch ein Problem hier. Lass es hier rein, ich werde es tragen. Okay, folge mich. Geh deinen Scheiß! Ja, schneller! Molly! Skyline! Schuss! 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 Sag mal! Wo hat die das denn gelernt? Schuss! 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 Was haben Sie mich? Jetzt, dass du es erwähnt hast. Schuss! 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 Ich will es nicht wissen! Ernsthaft nicht! Ähm... Irgendwie in die Richtung war es doch, oder? Schuss! Ein bisschen Hilfe! Ein bisschen Hilfe hier! Okay. Na super! Die Tür werden nicht zu Ende von der Weg reduzieren. Schuss! 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 Ich habe den Schädel weggeschossen. Ja! Brace die Tür! Jetzt war etwas! Da, 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 da! Ähm... Okay! Was geht denn jetzt ab? Äh, der Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ehe Schnell! Okay... Das Benzin haben wir! Clem? Ach, Clem... Okay... Playground... Irgendwo noch was zum Mitnehmen... Angucken... Ja, super! Okay... Initials... Number of eligible citizens found... Okay... Walkers found... Okay... You okay, Clem? Ja... Ist nicht verkehrt... Me too... I used to be a teacher, remember? Tell you what... When we found ourselves a safe place... Set up a little classroom... Just you and me... Will there be homework? Hahaha... No... No homework... Where's Molly? She had to go running air... She'll be back soon... I hope she's okay... She'll be fine... She's pretty tough... Von der Batterie her gesehen... Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Glaube ich nicht... I don't think so, Clem... I think the best we can hope for is... That we'll find a way to survive... To stay together... And to not let this change us... That's what's important... I guess you're right... Okay... Uhm... What do we still need? We already got the fuel and the battery... Once we find some medicine... We'll be good to go... So where's this battery you found? Molly has it... She ran off to do something... Well, she'd better bring it back here... I don't know why you trusted that girl with it... We hardly know her... She saved your life, didn't she? Huh... Yeah... But what has she done for me lately? Uh... Super... No, wait... There is something you can help me with... Something that's been on my mind... I could use your opinion... What is it? It's Kenny... Since I've been helping him work on the boat... I've gotten to know him a little better... He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know... I've been thinking about telling him the truth... Ben, come on... This again? It's my fault... Duck and Kacha got killed... If I hadn't screwed up back at the motor... They'd still be alive... How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him... I agree... I think you should tell him... Just not now... You don't get it, Lee... What am I supposed to do whenever he talks about Kacha and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault... I can't do it anymore... Ben, listen... Kenny seems like he's got his shit back together... Because right now he's got a purpose... But he's still in a real bad place... You tell him now... He's gonna lose it... And then we're all screwed... There'll come a time when he's ready to hear it... But it's not now... Not yet... Mhm... I hear you... I'm gonna get back to this... Okay... Wo bleibt die Alte... What about Crawford? What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it... Too many awful memories... Even being back here gives me a bad feeling... Even now, with everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people... They weeded out the sick and the old... Even children... Those least able to defend themselves... So that they could save their own skins... Whatever happened here... However Crawford fell... I consider it poetic justice... Damn, girl, that's cold... It's how I feel... If you'd seen what I've seen... You'd feel the same... I don't really know... So you're a cancer survivor... Like Vernon and the others... Yeah... I was diagnosed when I was in college... Been getting treatment ever since... Just when I was starting to get better... When I thought there might be some hope... All this happened... Lost my whole family... I'm the only one who survived... Funny how things work out, huh? Hm... Funny... Haha... Lustig... How long have you known Vernon? A couple of years... He ran our support group... He was really great... Helping me come to terms with my disease... But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I... Or the other survivors would have done without Vernon... He's the one who held us together... Kept us alive... I'm a little busy here, Lee... Maybe you should go get that battery... Or help with the medicine... Okay... Okay... Gut... Dann gehen wir hier mal raus... Und dann müsste da eigentlich ein Speicherpunkt sein... Genau... Gut... Jetzt hat er hier gespeichert... Und an der Stelle werde ich jetzt... Unterbrechen... Also ihr kriegt auf jeden Fall in einem Rutsch das Ganze... Äh... Schauen wir mal... Was noch alles auf uns zukommt... Also... Tschüss... Macht's gut... Bis denne...